Oh Gott. Oh, das muss ich mir unbedingt gleich nochmal... Ja, aber nach dem Stream unbedingt nochmal angucken. Man kriegt nur die Hälfte mit von dem Spiel. Die Hälfte hat alles zerstört. Die weitest wir gehen, ist die Gartenfonte. Wie viel? Die Pfeife auf die Pfeife, wie lange sie essen. Du hast dich selbst verdient. Okay. Oh Gott. Degustig. Hey, hold it, big boy. Mein Bruder ist mir zuhörst. Hey, du gehst den garten. Hey? Herabschauende Frosch. Wir machen Yoga. Hey, Holzpuppe. Hört mal nicht flapsig, du Frosch. Springen, sprinten, springen. Wow. Springen, okay. Oh Gott, wir springen zu weit. Das ist... Oh mein Gott. Ist das... Wow. Ja, da sind, glaube ich, schon ein paar Frösche. Sind das französische Frösche? Haben die einen französischen Akzent? Nee, nicht wirklich. Das klang aber eben so. Oh, guck mal. Ein Yoga-Frosch. Oh, jetzt im Nachhinein habe ich einen Screenshot gemacht. Toll. Wo ich mich... Oh nein, nicht sowas. Oh, die springen so komisch. Also so weit. Das muss man erstmal wieder... Mhm. Hang on! I'm doing my best! Oh! Oh! Back! Show me! Ach, du Schande. Okay, das ist aber ein künstlicher Fahn, oder? Ähm... Okay, puh. Ich trau' mich nicht. Oh! Oh nein! Oh, wie gemein! Da müssen wir... Müssen einem durch, ne? Ja. Warte, warte, warte. Oh Gott! Nein! Oh, jetzt... Ja. Habe ich... Vielleicht sollten wir nacheinander... Ich weiß nicht, ob wir das zusammen hinbekommen. Mach du zuerst. Äh, okay. Okay, bin oben! Oh, warte mal. Er kann ja auf Toilette gehen, oder? Ja. Ich geh mal eben ganz kurz austreten. Bis gleich. Und dann. Oh. Oh, okay. So, wer da? Oh. Äh, gibt's noch einen zweiten Weg? Entweder bin ich zu dumm oder zu dick. Meinst du, der springt anders? Sonst zur Not, ähm, du kannst mit X sprinten, ne? Sonst musst du vielleicht immer ein bisschen voransprinten. Ja, ja, das mach ich ja schon. Aber ich glaub nicht, dass es einen zweiten Weg gibt. Ich guck mal. Ah, vielleicht. Ich muss aber immer mit Zwischensprinter machen. Du wirst aber, wie gesagt, in einem Stück musst du echt und so, wenn die sinkt, kommst du nicht mehr weiter, ne? Ne, also es gibt keinen anderen Weg. Okay, du musst hier hoch mit dem Frosch. Drunter. Ach, aber das hätte fast geklappt. Ein bisschen Zwischensprinten oder sowas? Ja, ich versuch immer so, aber... Das ist doof, ich kam aber, glaub ich, ich weiß nicht, ob ich ohne dich hier weiterkomme, sonst kann ich immer versuchen, ob wir ein... Oh Gott. Ich kann's mal probieren, ob wir irgen... Ob wir einen Speicherpunkt kriegen oder sowas. Äh, das sieht auch nicht wesentlich besser aus hier mit dem... Vielleicht irgendwie... Nein, nicht zu früh hüpfen. Ups. Okay, das zählt auch schon. Das ist ja wohl gemein. Ach, du Schande. Was müssen wir denn jetzt hier auch rüberspringen? Autsch, nein, darf das nicht. Warte mal da. Da kann ich drauf, aber was dann? Wie viel Sinn macht das? Oh, probieren wir's aus. Was passiert hier? Gar nichts. Ach! Ein Wasserspiel. Ja, okay, hier brauch ich dich. Ja, hier brauch ich dich, sonst komm ich nicht weiter. Und du kriegst leider... Wir kriegen ja keinen neuen Speicherpunkt. Oh, das ist gemein. Ja, verdammt. Ja, und dann verschwindet die nämlich wieder, genau. Ja, nee, jetzt müssen wir zu zweit machen. Hm. Moment. Mal Trockenübungen machen. Ist das wirklich nur... Wieso? Ach so, wie es eben halt... Diese Kombination, die man dann machen muss, ne? Dieses mit Zwischensprinten und sowas. Ja, aber dann... Ja, aber dann... Klatsch. Die andere Kombination... Das ist... Aber zwischendrin kann ich ja auch nicht. Wenn ich mal in der Luft bin, dann ist rum. Und wenn du dann nochmal... Na, nee, man kann kein... Kann man... Nee, kurze Sprünge geht ja nicht. Weil dann macht man gleich einen richtigen Sprung, ne? Ah, das war so knapp. Ja, aber selbst wenn, das schaffe ich ja nie, die anderen auch noch. Immer so gerade eben... Nee. Warte, man kann aber kürzere Sprünge machen, aber es ist eben halt... Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja Aber ich glaube nicht, springt dein Frosch wirklich kürzer als meiner? Das sah bei dir so leicht fröschig aus. So leicht fröschig. Ich bin ein halber Frosch, vielleicht deswegen. Assas, einen wunderschönen guten Abend. Schönes Darmes, herzlich willkommen. Abnehmen. Was denn? Ja, dem würde helfen, aber das dauert. Was, die Brille oder was? Ich kriege den Chatchen nicht aufs Handy. Ja, das ist schon zu lange auf der Plattform, dann kommst du nicht mehr hoch genug. Ja, aber wenn ich gleich weiterhüpfe, dann bin ich zu kurz. Oh, das ist schon mal so knapp. Das ist nicht wirklich knapp. Oh, komm. Das ist doch getrollt, oder? Das ist doch echt, also von dem Spiel meine ich jetzt, ne? Ja. Das war jetzt, das war, du hast auf jeden Fall den Rand erreicht. Spiel, hab Mitleid! Ich hab irgendwo gelesen, wenn man so und so oft versagt, dann wird's leichter automatisch. Aber ich hab jetzt grad nicht das Gefühl. Echt? Bei dem Spiel? Bei Intex 2? Ja, ich glaub, bei einigen Mario-Spielen kriegst du dann irgendwann so einen goldenen Mario oder bei Donkey Kong Country. Dann kriegst du dann einen, der unbesiegbar ist, ungefähr. Aber es muss ja machbar sein. Das hat ja nichts damit zu tun, welchen Charakter man spielt, denke ich mir mal. Oh, das war auch so knapp. Ich kann durch deinen Frosch durchgucken. Jetzt nicht mehr. Vielleicht... Einmal hat's ja schon funktioniert. Warst du schon auf der zweiten? Auf die Mitte? Ne, mir von links. Weißt du, von links mehr in Richtung der anderen Plattformen schon vorab und dann... Ja, das hab ich ja die ganze Zeit versucht, aber das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Hm. Aber ich glaub, ich muss... Mitte geht, glaub ich, doch besser. Okay. Ja, das ist schon zu lange. Weil die dann zu schnell sinkt, die Plattform. Die nächsten Streams verschieben sich um zwei Stunden. Wusste ich gar nicht. Meinst du, dass wir bis... Das ist aber jetzt schon sehr optimistisch. Aha. Meinst du, dass wir bis morgen um 10 streamen, dass ich dann gleich The Rise of the Tomb Raider anfangen kann? Oh, oh, das war so knapp. Aber selbst wenn ich die erste schaffe, dann... Ab der zweiten wird's leichter. Echt? Ja. Glaub dir mal. Gut. Warte mal, kann man... Ich will jetzt auch nicht... Ach, ist ja egal. Ich spawn ja neu, aber... Nee, kann man nicht. Dann müsste man eigentlich... Wenn du, ähm... Du sprintest aber, wenn du abspringst, ne? Das heißt, sprinten... Du erst sprinten, dann springen, kurz bevor du abspringst? Hä? Eigentlich andersrum. Ach so, okay. Also erst so, so... Nee, dann... Ups. Ja gut, du kannst ja hinterher auch gleich wieder sprinten, aber du hast natürlich dann ein schnelleres Wegkommen, wenn du erst sprintest und dann springst und dann, ne? Ah, das könnte sein. Ich hab's immer andersrum gemacht. Erst hoch und dann. Okay, machen wir's andersrum. Also, wupp, wupp. Aha, wupp, wupp. Ah, ja, ist geringfügig besser, glaub ich, die Reihenfolge. Siehst du, du kriegst dann nur noch so einen kleinen Schub. Ja. Ups. Okay, der war schön. Ich geb dir eine 8,5. Ja, das ist schon zu lang auf der Plattform. Ja, aber... Okay. Also am besten gar nicht bewegen. Ah, Moment. Da hättest du jetzt wieder sprinten, springen. Ja, ja. Ja, sagst du so. Ja. Ich kann gut reden, ich bin auch mal an der Seite. Ja, genau. Also, zapp, zapp. Nein. Also manchmal reagiert er nicht aufs Sprinten. Ah, jetzt, jetzt, natürlich. Nur hat er sich da verselbstständigt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vorlesen kann in der Zeit oder irgendwas erzählen kann. Was wird mir denn gerade sein? Oh, nicht so viel heute. Ah, nein. Jetzt war der Frosch wieder ganz weg, nein. Jetzt war er da. Wie viel Versuch? Äh, dritter oder vierter? WB, Seho. Ja, wir sind beim vierten Versuch. Warte mal. Sevo, bist du nicht vorhin auch bei der gleichen Stelle gefahren? Oh nein, das ist gemein. Das hilft nicht gerade. Wir müssen den Quercus jetzt ein bisschen aufbauen. Ja, baut mich auf. Du schaffst... Jetzt noch einmal springen. Das hat geklappt, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt gewechselt aufs Keyboard. Da springe ich weiter. Wieso auch immer. Echt? Ja. Wie link ist das denn? Fast. Aber immerhin so geht's. Okay, gut zu wissen. Die Umlernphase. Ja, ja. Jetzt erstmal wieder die Dingsbelegung. Moment. Da musst du es so abschätzen, dass du natürlich dann vom Steg aus abspringst. Ja, was war das? Nee. Ich glaube, das ist ein Sprint. Was ist denn der Sprint? Oder ist das automatischer Sprint? Dann kann ich nicht mehr zählen. Nee, kannst du nicht zählen. Wirklich nicht. Also im Moment würde ich sagen, bin ich ein gutes Stück voraus, was die Todampel langt. Also ich meint, äh... Errungenschaftfreie geschaltet Hartnäckigkeit, ja. Oh, so knapp. Wenn das wirklich so ist, dass Tastatur und Controller unterschiedlich weit springen, ist das echt, ja. Ja. Das ist total mies. Dann muss ich sagen... Also gefühlt, ja. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, was auf der Tastatur das Sprinten ist. Weil ich hüpfe, glaube ich, nur vorwärts. Oder ist vorwärts gleich Sprinten auf der Tastatur? Ja, dann mal vielleicht finde ich das ja. Ja, guck mal, vielleicht... Aber ich bin jetzt auf dem W. Und das ist aber nicht irgendwie... Ich probier mal durch. Boah, gesucht mal eben nach Hotkeys, na? Und dann find... Oder... Ich findest es nicht. Okay, 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 okay... Hast du? Ja. Ja, es ist die Umschalttaste. Aber ob ich das jetzt... Ja, Caps Lock habe ich jetzt auch gerade gefunden. War fast. Es springt weiter, aber nicht besser. Tobi, vor einem wunderschönen Kundenabend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, 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 ja. Go, 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 du schaffst es. Nein! Du hast ihn nicht zu weit gesprungen. Es geht auch gar nicht. Du schaffst es, wie gemein. Oh, das war die dritte Plattform. Go, 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 no! Ich hab's gar nicht so viel abgenommen. Ja, durch das ganze Springen. Go, 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 du schaffst es, du schaffst es. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja! Okay, jetzt weiter mit Controller. Genau, mit dem Herabschauer und dem Frosch. Ja, ja, ich weiß, das geht. Oder noch nicht. Es geht leider weiter. Und hier hinten muss auch noch gesprungen werden. Aber, äh? Ich glaub, jetzt hat er wirklich umgeschaltet auf Easy Mode. Er springt deutlich weiter als vorhin. Okay, warte, pass auf, bleib mal da, wo du bist. Ich spring erst mal eben auf diese Plattform, weil da kommt nämlich auf deiner Seite, kommt gleich eine hoch. Und da müssen wir dann zu zweit arbeiten. Oh, die wird freigespült. So, sagen wir es mal so. Da musst du jetzt drauf. Und wahrscheinlich wird jetzt hier die nächste, genau. Da wird jetzt die nächste freigeschaltet. Und dann bei dir. Ah ja, sehr gut. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Und, go, go, go. Okay. Nein, 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 nein. Oh. Ach, sie bleiben aber freigeschaltet. Okay, ich dachte nämlich, dass die abhauen. Also verschwinden wieder. Ja. Sehr gut. Yay. Aber die Frosche werden nicht, meine Freunde. Du kannst auch da oben auf dem Stein dich ein bisschen wärmen oder sowas, ne? Das geht auch. Ja, ich schon. Klar. Also ich nehme den Fliegenpilz und mache Kopfkino. Du kannst auch deinen Frosch küssen. Vielleicht wird er ja ein Prinz. Ja, genau. Die haben einen französischen Akzent, die Frösche. Jetzt ist es eher französisch. Galer. Galer. Oui, oui. Oui, Galer. Ist das jetzt ein Doppelsprung? Zurück zu den Spinnen. Ja, die waren süß tatsächlich. Hätte ich nie gedacht. Das sind die einzigen Spinnen, die ich in einem Spiel süß finde. Oh, Taxi zu Ende. Schade. Achso. Oh, okay. Wie war das nochmal mit Bücken? Wie bücke ich mich nochmal? Hä? B wie Bücken. B wie Bücken. Ah ja, stimmt. B wie Bücken. B wie Bücken. Okay. Ah, hier muss Wasser rein. Äh. Hä? Musst du da irgendwie drauf? Warte mal. Ach, das... Oh, da muss ich weiterhüpfen. Nein, ich will nicht weiterhüpfen. Ah. Das ist aber... Echt jetzt? Ah. Du musst weiterhüpfen. Tatsächlich nicht mit dem Frosch. Oh Gott. Ich hab mich nämlich gerade schon gewundert. Oh, warte. Stopp, stopp, stopp. Wie machen wir das denn? Nee, nee, nee. Du kannst doch nicht weiter. Ja, ich... Das ist, äh... Moment, 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 Moment. Entschuldigung. Ich musste mal jemanden stecken. Ich bin in der Luft. Sorry. Oh, jetzt. Warte, warte, warte. Aber ich muss jetzt... Wo muss ich denn jetzt hin? Ähm, wenn ich jetzt loslasse, dann geht das doch wieder runter. Ich kann nicht darüber. Nee, 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 das ist Zeug. Warte mal, da muss ich mal eben ganz kurz gucken, weil es kann sein, dass ich dann... Ah. Ah, verstanden. Du kannst... Na, wenn du die zweite Plattform... Dann musst du einmal draufbleiben, bitte. Weil die wird automatisch hochgedingst. Auf der, auf der kannst du... Musst du mal eben bleiben. Ich muss mal eben den Platz wechseln. So. Okay. So, was machen wir jetzt mit der? Äh, da passiert ja gar nichts. Äh, dann spring vielleicht auch nochmal eben wieder zurück. Ich muss erstmal eben gucken, wie ich dich da runterhole. Aber die bleibt, oder? Nee, jetzt nicht. Nee, 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 bleibt sie nicht. Ah, okay. Aber da muss ich... Ja, aber der... Da ist ein zeitlicher Versatz. Da muss... Ja, genau. Dann muss das gleich schnell gehen. Okay, gut. Ja. Okay. Oh Gott! Lauf, 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 lauf! Ah! Okay. Oh, wie gemein. Okay, das ist doof. Das ist echt nicht so einfach. Ein rechter Frosch zur rechten Zeit bringt Friede, Freude und Beinarbeit. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, also die zweite ist noch safe. Warte, ich wechsel. Oh Gott, da muss ich... Ich versuche mal, ob ich von hier... Okay, kann ich auch. Ja, kann ich. Geht aber nicht. Das ist ja doof. Okay. Ich kann leider nicht ein bisschen schummeln und vorweglaufen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Okay. Warte, warte, warte. Jetzt, 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 jetzt. Ja. Okay, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Und... Oh. Oh Gott. Ich laufe jetzt aber nicht im Kreis, oder? Warte mal, unter... Nee, du kannst... Warte mal, du kannst... Hier unten ist eine Plattform. Solltest du denn vielleicht hier runter? Warte, 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 lass mal ganz kurz gucken. Nee, das ist dann nicht richtig. Nee, aber ich glaube, ich komme schon zu dir hin. Ich darf nur nicht in die Dornen reinhüpfen. Weil ich... Aber weiter... Macht keinen Sinn. Nee, ich glaube, das geht schon. Ja, ich überlege nur, wie es von hier aus weitergeht, weißt du? Warum gibt es diese Plattform dazwischen? Aber ich glaube... Äh? Okay, keine Ahnung. Testen wir einfach nochmal aus. Dann kann ich ja dann irgendwas machen, wenn ich da bin. Hm. Meine Punkte sind ja nur ich, meine ich. Okay. Gut, dann nochmal. Also, die zweite ist weiterhin safe. Ich wechsle den Platz, ich wechsle den Platz. Moment, Moment, Moment. Okay. So, warte, ich wechsle, ich wechsle, ich wechsle. Warte, 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 ich wechsle, ich wechsle, ich wechsle. Moment, 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 ich wechsle. Warte, warte, warte. Oh Gott, ich versuch. Moment, ich wechsle. Okay. Jetzt war ich zu langsam. Okay. Nochmal, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das nächste Mal in Frankreich gibt es Froschenkel. Okay. Da können aber die Frösche nichts dafür. Okay, warte, 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 warte. Ich wechsle die Plattform. Genau, ich wechsle die Plattform. In Zukunft schon noch auf YouTube streamen. Und ich wechsle. Und ich wechsle. Okay, kannst du von da aus irgendwas machen? Ich kann eventuell ganz nach drüben. Vielleicht. Da kommen wir doch her. Von da kommen wir her? Ich glaube, von da kommen wir her. Hallo, wo soll ich? Habe ich jetzt hier irgendwas? Kannst du da oben? Kannst du da oben hin? Ach, da oben kann ich, glaube ich, hin. Ja. Okay. Gut. Absteigen. Aber wie kommt... Warte mal, dann muss ich da ja auch irgendwie hochkommen. Moment, ich kann hier... Ich kann hier was drehen. Da unten irgendwas passiert. Oh! No! Äh, ja. Ah, okay. Okay, warte. Kannst du das nochmal zurückdrehen? So. Jetzt. Okay, gut. Ich mache jetzt hier auch gleich mal Yoga. Frosch-Yoga. Sliden! Okay, das ist... Okay. Oh, das fängt an zu blühen. Okay, okay, okay. Das fängt an, das an zu blühen. Äh, das sieht nicht so gut aus. Doch, ist richtig. Ist richtig, es hört auf. Okay, gut. Es bewegt sich alles weg. Okay, das ist schön. Ich warte auf irgendeine fiese Gemeinheit. Nein, 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 nein. Hier gibt es keine Gemeinheit. Ja, wir müssen gleich wieder auf die Frösche. Auf die Frösche fährt sich los. Oh, was ist das? Was ist das? Ach, ein Stück Schlauch. Das ist ne... Ne Düse. Also, die Düse vorne. Ja. Da geht mir doch gleich die Düse. Da passiert bestimmt gleich irgendwas. Ich gebe dir recht, es passiert gleich irgendwas. Das war jetzt gerade zu schön. Bin ich. Oh, nein. Schneckenrennen. Okay, wir sind doch bis morgen hier. Nein, das ist gemein. Ich habe eine Turboschnecke. Ich habe voll die Turboschnecke. Was muss man tun? Zielen. Halten. Was? Zusammendrücken. Zielen. Zusammendrücken. Keine Ahnung. Ach, du grüne Neuner. Du ahnst das ja nicht. Oh, Entschuldigung. Oh, Pfff. Ah, geh. Weg da. Autsch. Nee, wieso? Oh, Mann. Ja, okay. Die tun sich weh, weil sie dann nie... Okay, das ist voll mega süß. Deswegen... Aber die haben doch kleine Helme auf. Warum stoßen sie irgendwo gegen? Die haben doch extra kleine Helme auf. Oh, Gott. Ah. Wie komme ich jetzt hier raus? Nein, oh. Das ist echt... Warte, kann ich lenken? Ach ja. Oh, ich muss jetzt auch noch gegen die Dings lenken. Vielleicht kommt ein Vogel und meine Schnecke ist weg. Ich weiß es. Oh, Mann, Schnecke, ist es tut mir leid. Ich komme hier nicht raus. Bin ich das überhaupt? Ich hoffe, ich bin das. Ich hoffe, ich bin das. Okay, das war witzig. Salat? Lass mich raten, du willst nicht nochmal. Höchstens mit deiner Turboschnecke. Okay. Das war bestimmt die Schnecke. Ja, ja, klar. Ach so. Na, die kann ich gar nicht nehmen. Oh. Jetzt erzählt es oder, dass ich geschummelt habe wegen meiner Schnecke? Oh, guck mal, wie niedlich. Die haben auch kleine Rennbrillen auf. Ist das süß. Das ist so mega niedlich. Kann man das von vorne sehen? Kann man nicht so gut, ne? Schade. Aber die haben so kleine, niedliche Rennbrillen auf. Das sieht mega süß aus. Einmal noch? Einmal noch? Okay, gut. Okay. Go, go, go. Okay, warte. Oh Gott, jetzt geht das los. Huch! Oh, jetzt habe ich Probleme. Oh, jetzt habe ich Probleme. Oh, das mit dem Umdenken ist echt schwierig. Boah. Oh. Das ist so anstrengend. Dabei muss die Schnecke was tun, nicht ich. Okay, das war witzig. Das war ein witziges Spiel. Okay.